Hallo und herzlich willkommen hier bei Düsseldorf Dortmund L. Heute tippe ich für euch den neunten Spieltag. Da ist es jetzt vorbei. Nur ich habe kein Spiel richtig getippt. Worum eigentlich heute Sonntag? Weil wir haben heute ja Sonntag, 20 Uhr habe ich gerade aktuell. Weil ich hatte gerade Lust darauf, Spiele sind eh vorbei. Deswegen machen wir heute den neunten Spieltag und fangen wir auch an. Leipzig gegen Stuttgart tippe ich ein. 2-0. 1. FC Köln gegen Werder Bremen. Da habe ich ein 1-1. Na die Grafik will jetzt nicht. So SC Freiburg gegen Werder BSC. 1. 0-0. So jetzt geht es eigentlich wieder mit der Grafik habe ich vergessen zu sagen. Jetzt geht es gerade wieder nicht. Klachbach gegen Leverkusen. Teppich ein. 1-2. Eigentlich ein Derby. Falke gegen Mainz. Teppich ein. 3-0. 1. Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Teppich ein. 0-1. Augsburg gegen Hannover. Teppich ein. 1-1. Hamburg gegen Bayern. Teppich ein. 0-6. 2-3. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. So. Schreibt ihr euren Tipp in die Kommentare. Dann. Und. Dann sehen wir vielleicht Sonntag oder Montag. wieder beim 10. Spieltag und wegen FIFA nächste Woche Samstag kommt auf jeden Fall ein Video vielleicht kommt auch in der Woche auch nochmal ein Video mit FIFA auf jeden Fall Sonntag Samstag Samstag kommt auf jeden Fall zwei Videos wie es aussieht Sport von Lotte Start und weiter mit den FCB und vor allem ich es vergesse wenn ihr es wollt dass ich noch eine Dortmund Karriere mache weil ich schließlich Dortmund Fan bin dann gebt einfach mal das Video ein Like abonniert ruhig kostenlos für jeden Abonnent würde ich mich freuen bei 20 Abonnenten kommt ein extra Video wie ich öfter gesagt habe ich weiß nicht was ob ich jetzt gerade aktuell habe wenn ich schon habe dann mache ich extra ein Video für euch und dann warte ich bis 15 äh 15 habe ich erst in der dann warte ich bis 25 und dann kommt auch wieder ein extra Video für euch auf jeden Fall das war es mit dieses Video ciao und bis dann das war es mit und dann